In diesem Video geht es um das Leben und Wirken von Karl V. Ich erkläre dir seine Kindheit, Erziehung und die Erblande. Außerdem erhältst du Informationen über seine Kriege, die Reformation und seine Abdankung. Karl V. wurde am 24. Februar 1500 in Gent, heute Teil von Belgien, geboren. Er war der älteste Sohn von Philipp dem Schönen und Johanna der Wahnsinnigen. Seine Erziehung wurde stark von seinem Großvater, Kaiser Maximilian I., beeinflusst. Karl erhielt eine Ausbildung in verschiedenen Fächern wie Geschichte, Sprachen und Rittertum. Im Jahr 1506 erbte Karl die burgundischen Niederlande von seinem Vater Philipp. Mit dem Tod seines Großvaters Maximilian I. im Jahr 1519 kam auch das Heilige Römische Reich hinzu. Er hatte nun eine Vielzahl von Territorien unter seiner Kontrolle, die durch unterschiedliche Kulturen und Traditionen geprägt waren. Karl wurde 1519 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewählt. Er setzte sich gegen andere Kandidaten wie Franz I. von Frankreich und Heinrich VIII. von England durch. Die Wahl machte ihn zu einem der mächtigsten Herrscher in Europa. Einer der wichtigsten Aspekte seiner Herrschaft waren die ständigen Kriege mit Frankreich. Diese Konflikte waren teilweise durch territoriale Ansprüche in Italien und den Niederlanden bedingt. Die Schlacht bei Pavia im Jahr 1525 war ein entscheidender Sieg für Karl. Karl V. führte auch Kriege gegen das Osmanische Reich unter Sultan Süleyman dem Prächtigen. Die Belagerung von Wien im Jahr 1529 war ein kritischer Moment, aber die Stadt hielt stand. Das Osmanische Reich blieb jedoch eine ständige Bedrohung. Die Reformation stellte eine große Herausforderung für Karl dar. Obwohl er versuchte, den Protestantismus einzudämmen, konnte er die religiöse Spaltung des Reiches nicht verhindern. Der Augsburger Religionsfrieden von 1555 war ein Versuch, den Konflikt zu entschärfen. Unter Karl V. expandierte das spanische Kolonialreich enorm. Die Eroberung des Azteken und des Inka-Reichs brachte Spanien immense Reichtümer. Diese Expansion stellte jedoch auch ethische Fragen bezüglich der Behandlung der indigenen Völker. Karl V. versuchte, seine verschiedenen Territorien zentralistisch zu verwalten, was auf viel Widerstand stieß. Die Wirtschaft litt unter den ständigen Kriegen und dem hohen Bedarf an Militärausgaben. Fehlgeschlagene Reformen und Inflation waren weitere Probleme. Im Jahr 1556 dankte Karl V. ab und teilte seine Territorien zwischen seinem Sohn Philipp II. von Spanien und seinem Bruder Ferdinand I. auf. Er zog sich ins Kloster von Juste in Spanien zurück, wo er 1558 starb. Seine Abdankung markiert das Ende einer Ära und den Beginn neuer Herausforderungen für seine Nachfolger. Er zog sich ins Kloster von Juste in Spanien. Er zog sich ins Kloster von Juste. Untertitelung des ZDF, 2020